Der Onlinehandel boomt, die Leute ziehen vermehrt in die Städte. Wir haben halt einfach die fortschreitende Urbanisierung und die verlangt nach neuen Transportlösungen. Aus diesem Grund hat sich die BPW mit der Elektromobilität auseinandergesetzt. Hier haben wir mit unserem E-Transport die optimale Lösung gefunden, weil wir hier eine voll elektrifizierte Achse für den elektrischen Verteilerverkehr entwickelt haben. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass sie auf der einen Seite nachrüstbar ist, aber auf der anderen Seite alle Ineffizienzen, die bei klassischen Verbrennern vorhanden sind, eliminiert, weil wir den Motor in einer Flucht mit der Achse haben. Durch unser Zwei-Motoren-Konzept schaffen wir es, den Verkehr nicht nur sicherer, sondern auch wendiger im Innenstadtbereich zu machen. Einen besonderen Fokus legen wir hierbei auf alle Verteilerverkehre, die in die Stadt kommen. Mögliche Kunden für unsere Lösungen sind auf der einen Seite alle Kurier-, Express- und Paketdienstleister, alle Kontraktlogistiker, sprich die Leute, die euch die Waschmaschine oder den Fernseher bringen, wenn ihr den online bestellt, die Belieferung von Supermarktketten, aber auch eure örtlichen Handwerker müssen ja in die Stadt fahren, brauchen entsprechend große Verteilerfahrzeuge in der dreieinhalb bis siebeneinhalb Tonnen Klasse und hierfür haben wir die optimale Lösung. Wir schaffen es mit unserer Lösung E-Transport den gesamten innerstädtischen Verteilverkehr emissionsfrei zu gestalten. Falls wir euer Interesse mit unserer Lösung geweckt haben und ihr mehr darüber erfahren wollt, kommt einfach zu unserem Stand beim Bundeskongress der Wirtschaftsunion. Nähere Informationen könnt ihr bei uns auf der Facebook-Seite oder im Programmheft erhalten.